Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Video mit Dingen, die in Minecraft fehlen. Dingen, die mögliche Update-Ideen für Minecraft wären und Dinge, die Minecraft verbessern würden. Also sowas aus dieser Schiene. Ich habe hier wieder was vorbereitet, das gucken wir uns gleich an. Und eine Sache noch, vergesst das Abo nicht, weil es gibt noch viel mehr interessante Sachen, die ihr nicht verpassen solltet. Außer diesem Video. Und jetzt geht's los. Dann das erste Feature auf unserer Liste. Was wäre denn, wenn man bei Schalker-Kisten, wenn man diese hat, ich nehme jetzt einfach mal eine, Farbe ist beliebig. Ich platziere die auch und tue da mal ein paar Sachen rein. Beispielsweise ist mir egal, kann man so reinlegen. Beim Abbauen kriegt man die auch wieder. Und wenn man mit der Maus drüber hovert, was ist denn, wenn man eine Inventaransicht davon bekommt, und dass man ein bisschen besser sieht, was drin ist. Und nicht einfach nur deine Schrift. 32 mal das, 64 mal das, 15 mal das und so weiter und so fort. Sondern wirklich eine perfekte Ansicht. Ist vielleicht ein bisschen pompöser, wenn man das mit anderen Sachen macht. Beispielsweise. Wertvolle in Geschichten. Diamanten. Besten Dank und keine Ahnung was. So, ich verteile einfach ein bisschen Zeug rein. Ja, super. Kiste hier. Zack. Und sammle ich ein. Und da geben wir es mal drüber. Da. Sowas ist doch pralle. Außerdem, dass, ähm, Inventar, die Inventaranzeige der Kiste, die ist in der Farbe, wie auch die Schalkerbox ist. Also bei einer orangen Schalkerbox ist der Hintergrund orange. Bei einer blauen Schalkerbox wäre er blau. Und so weiter und so fort. Das wäre doch mal richtig nett. Dann müsste ich nicht jedes Mal doch setzen, weil man kriegt ja auch immer nur die ersten 5, 6 Sachen angezeigt. Dann Punkt, Punkt, Punkt. Dass da noch mehr drin ist. Aber so sieht man alles. Und das wäre echt genial. Oder ist da jemand dagegen? Dann, ja, Hände hoch und wenn niemand dagegen ist, dann sag mir auch Bescheid. Weiter geht's. Dann, wenn die erste Sache gut war, dann wird es die zweite hoffentlich auch. Denn, was wäre denn, wenn man mit Diuride, Granite, Granit, wie auch immer, Andesite und Sticks, okay, jetzt müsste es Klick machen. Was wäre denn, wenn man mit diesen Steinen oder Steinarten ebenfalls Steinwerkzeuge machen könnte? Das geht ja nun also gar nicht. Und ja, es sind nicht verschiedene spezielle Diuride- oder Andesite-Spitzhacken, sondern es sind einfach nur ganz normale Steinschwitzhacken, weil es einfach eine verschiedene Steinart ist oder eigentlich mit dazugehört. Und man deswegen auch daraus normalerweise Werkzeuge machen sollte. Selbe gilt dann auch, geht dann hier auch Schwerter und sowas? Ein Diuridschwert. Ja, ein Diuridschwert wird es nun auch wieder mal ein Steinschwert. Also, alle Steinsorten, also normaler Cleanstone, Andesite, Granit und Diurid zählen gleich auch beim Craften. Wäre das eine Idee oder wäre das keine Idee? Sagt mir Bescheid und Hände hoch. Das ist ein Überfall. Nein, ist es nicht. Weiter. Dann die nächste Sache. Auch eine eventuell richtig coole Spielmechanik. Und zwar, dafür brauche ich einen Furnace. Einen Ofen-Furnace. Ja, es sind noch ganz andere wieder bunte Dinger drin. Bei Itemframes haben wir schon gesehen. Gibt es nur vorherigen Videos. Und was wäre denn, wenn man diesen Ofen beispielsweise mit einer neuen Art Brennstoff befüllen könnte? Wie wäre es denn mit Fackeln? Ich mache es einfach mal eine Spruce-Wood und einfach oben rein. Ah, eine Fackel, die ebenfalls als Brennstoff gilt. Wenn du mich nämlich ganz blöd fragst, dann gut, du kannst Holz reinlegen. Aber das musst du eigentlich auch erstmal heiß machen. So nachdem auch so eine Fackel ist A, auch Holzgegenstand, B, schon brennend an sich. Warum kann man das nicht als Brennstoff verwenden für den Fall des Falles? Gut, es gibt günstigere Varianten. Ist jetzt nicht so das wahnsinnig effiziente, aber vielleicht ein cooles, kleines Gimmick und Feature. Braucht man das oder braucht man das nicht? Dann die nächste Sache. Kennt ihr das? Ihr habt euch verkraftet. Passiert öfters mal. Ihr drückt aus Versehen Shift und habt hier eine ganze Palette rausbekommen. Ihr wollt meinetwegen Holzplanken irgendwie umwandeln. Und habt mit Shift auf einmal eure kompletten Holzverräte erledigt. Und wer kennt das nicht? Dann hat man jede Menge Stairs übrig. Und wie wäre es denn, wenn man diese wiederum zusammencraften könnte? Einfach hier zusammen machen. Flupp. Und wir haben 48 raus. Und mal gucken, wie viel Verlust da drin ist raus. 64. 48. Okay. Du kannst die ohne Verlust wieder umcraften. Komplett ohne Verlust. Aus 64 auch Stairs. 48 Dinger. Und du siehst du dann her, wie du willst. Dasselbe gilt auch für Slaps. Wenn man die wieder ganz machen könnte zum ganz normalen Ding. Ups. Falsch. Und da würde man jetzt allerdings weniger rausbekommen, als man reingesteckt hatte. Ich hatte nur... Ne, doch passt. 16. 30. Wie viel hatte ich denn gehabt? Ich hatte 32 gehabt. Kann das sein? Habe ich gerade nicht genau hingeguckt. Ja. Das müsste gehen. Durchaus. Ah ne, warte. Das hat sich hier drauf gesteckt. 32. 32. Und dann hier ne... Irgendwie sowas. 64 hatte ich auch. Ja. Es hat sich auf den vorigen Oakwood Planks Ding gesteckt. Aber das wäre doch mal cool. Sachen um... Also ich hatte das schon öfters mal. Der Fall, dass ich das zurückcraften wollte. Aber es ging nicht. Besonders bei Slaps. Ja. Bei... Ähm... Dings. Bei... Bei... Bei anderen Geschichten. Wie Streppen oder so. Ist ja noch nicht gebraucht. Glaube ich. Gut. Dann die nächste Sache mit einer kleinen Inventaranzeige. Was wäre denn, wenn man einen Block in der Hotbar auswählt. Und man bekommt unten links direkt angezeigt. Ihr seht das da links. Bluffers auf. Die Gesamtanzahl dieses Blocks in eurem Inventar. Oftmals kommt es ja immer vor, dass man was baut mit Stein oder sonst irgendwas. Eine größere Fläche, wo man mehr als ein Stack braucht. Da hat man eine ganze Menge Inventar. Legt noch was im Tal raus. Und in die Hotbar rein. Und man weiß halt nicht unbedingt, wann es leer ist. Wann man nachgucken muss. Dies, das. Im Überblick behalten. Was ist denn, wenn du einfach auswählst? Und jetzt, wenn du auswählst, siehst du ganz genau, wie viele verbleibende Blöcke davon noch in deinem Inventar verfügbar sind. Taucht dann links auf neben dem ersten Slot der Hotbar. Und das wäre doch vielleicht ein praktisches Gerät. Kann man sich schön sehen. Ist angenehm, wenn das so hoch slidet und sowas. Kann das jemand gebrauchen? Eventuell als Mini-Feature. Wir brauchen so Mini-Features. So kleine, kleine Geschichtchen. Gut. Auch hier wieder. Wäre das cool oder nicht? Dann das nächste Feature. Was wäre denn, wenn man Glas zerbrechen könnte? Gut, nee. Kann man. Aber was wäre denn, wenn man Glas zerbricht? Und dabei bekommt man Glasscherben zurück. Glasscharts. So. Und egal, mit welchem Werkzeug. Es ist wurscht. Es kommt immer eine gewisse Anzahl von Glasscharts raus. Natürlich nicht mehr als eine Glasscharte beispielsweise. Während das, ich habe jetzt 39 von 39 von 41. Also zwei Stück kriegen wir hier raus. 41, 44. Drei Stück haben wir hier rausgekriegt. Drei Stück. Also ich glaube, drei ist Maximum oder so. Ja, irgendwie sowas in den Dreh. Und diese Glasscherben, also es macht halt Sinn, dass das Glas nicht einfach verschwindet und es nicht, dass man Scherben rausbekommt, kann man wieder zusammencraften zu normalem Glas. Vielleicht sogar als noch anderen Verbesserungsvorschlag, wenn man diese Glasscharts nimmt und man muss sie wieder im Ofen zusammenschmelzen. Weil du kannst ja Glas recyceln oder ist ja logisch, kannst du ganz Glas recyceln. Geht hier an der Stelle, glaube ich, nicht. Also ich kann die Glasscharts nicht reinlegen. Wäre aber vielleicht so eine Idee. Doch, ich kann sie reinlegen, aber die brennen nicht. Wäre vielleicht noch so eine Idee, die ich vorschlagen würde. Einfach Glas recyceln, erneut einschmelzen und schon hast du ein komplettes, neues, gutes Glas aus vier von den Dingern. Also Verlustleistung ist halt mit dabei. Wenn du maximal zwei bis drei rauskriegen kannst, das ist so. Also ja, 50 bis 75 Prozent kriegst du wieder raus recycelt. Wäre schön. Dann als nächstes, was wäre denn, wenn Harken nicht nur zum Ackerboden machen da sind, sondern auch noch zum Seeds abernten? Ich glaube, ich habe das schon mal in einem anderen Video was ähnliches gezeigt. Das war von anderen Modifikationen. Und hier beispielsweise kann man es etwas besser sehen. Hier ist auch noch mal gestaffelt zwischen der Hakengröße. Eine Dierhake schafft es, ein Feld von 5x5 Blöcken abzubauen, im Sinne von Gras. Während eine Steinhacke, glaube ich, nur 3x3 oder so schafft. Ja, müsste es 3x3 gewesen sein. Wenn ich den hier abbau, genau, alles umgreifende Verstehen ist nur 3x3. Zack. Und Eisen müsste, wie willst du Eisen? Auch 3x3 sein. Gut, also bis auf Dier, Dier ist 5x5. Wow. Also genau. 1, 2, 3, 4, 5 und 5. Das wäre praktisch, um Seeds zu farmen und würde den Haken nochmal einen weiteren Sinn verleihen. Vielleicht auch, wie gesagt, mit Unterschied. Man könnte die Eisenhacke noch anpassen, dass sie beispielsweise 4x4 macht. Diamant 5x5 und dann wäre das vielleicht ein ganz gutes Maß oder so. Und dann kann man da richtig schnell durchgehen und sich Seeds erfarmen. Gut, es sei denn, was ist ein Creative Mode? Dann kann man das nämlich nicht. Und ja. Vielleicht ein schönes Ding, oder? Vielleicht? Ja, vielleicht? Dann als nächstes auch noch ein sehr schönes Feature, auch wenn man es vielleicht nicht so ganz genau heraushört. Was wäre denn, wenn man an Türen klopfen kann? Ich nehme jetzt einfach mal so eine Door, vielleicht mal Eisendor, um es zu testen. War nicht gemacht. Und eine Spruce Door. Ich platziere die jetzt hier einfach mal. Tür, Tür, Tür. Ja, und gehe auch mal in den Game Mode 0. Und jetzt schauen wir mal. Zunächst mal, wenn man eine Tür abbaut oder draufschlägt. Ich habe die Sounds, den Musician Sounds mal komplett hochgestellt. Also, abbauen. Hört sich das so an. So baut man Sachen ab mit dem Geräusch. Eisentüren so. Die Holztür so. So, mal sehen. Wenn man jetzt eine leere Hand hat, eine Faust und damit an die Tür klopft. Genau hin und an. Gut, Baisenhütze scheint es wahrscheinlich zu gehen. Jetzt nochmal mit Item in der Hand. Als Vergleich. Kein Geräusch. Ohne Item in der Hand. Klopfgeräusch. Ich kann es schwer einschätzen, inwiefern das für andere Spieler jetzt hörbar ist. Aber eventuell eine gute Idee, dass man... Oder mal angenommen, macht es mit der Faust immer so klack, klack. Also so ein Doppel-Knock-Knock. Dass es nämlich wie ein Knock-Knock anhört und richtig laut ist. Gleich wie so ein Notenblock oder so. Das wäre eventuell auch noch schön. Es sei denn, jemand kann dich damit so Tode ärgern. Nur so als Idee. Vielleicht. Eventuell. Da muss man mal gucken, wie man das ausführen kann. Aber naja. Und dann als letztes auch noch ein richtig schönes Feature. Und zwar, passt mal auf. Ich brauche eine Map. So, wir kennen das ja. Man muss hier auch immer die Hand nehmen und so weiter und so fort. Das ist das. Ich gucke mir jetzt einfach mal hier an. Zack. Jetzt habe ich hier eine Karte parat. Wenn ich hinkengehen kann, kann ich komplett erkunden. Was ist denn, wenn man Map-Parts bei sich im Inventar halten könnte? Man hat es gerade schon gesehen. Und wenn man dann mit der Maus über die Karte geht, dann hat man davon nochmal eine Übersicht angezeigt, ohne sie extra in die Hand nehmen zu müssen. So kann man nämlich, wenn man jede Menge Karten hat bei sich im Inventar, die sind auch unsortiert, und kann man viel, viel besser sehen, was jede einzelne Karte verursacht oder wo die hinzeigt. Und sonst muss man jede in die Hand nehmen, überprüfen. Okay, da ist die. Dann wieder rumsortieren, hin und her. Ich glaube, das wäre eine mega gute Vereinfachung und es passt noch so schön rein. Es sieht nicht buggy aus und sonst auch nichts. Und, ähm, keine Ahnung, das ist einfach praktisch. Ja, da kann man doch eigentlich nichts gegen sagen, oder? Einfach so aufmachen, zack, Karte da. Das wäre schön. Außerdem wird natürlich auch der Punkt hier noch mit angezeigt. Der bewegt sich auch mit. Wenn ich drüber, ihr seht, na, warte, hat sich ein bisschen mitbewegt beim Fliegen. Ja, während ich nur so am Abbremsen bin. Ähm, schön. Ja, einfach, kann ich nichts mehr gegen sagen. Ja, ähm, ich glaube, sogar einer meiner Lieblingsdinger. Was haltet ihr davon? Wäre das nützlich oder nicht? Wäre das alles nützlich oder nicht? Welchen von den Punkten mögt ihr nicht so? Was eher eine schlechte Idee ist. Ich glaube, heute waren jede Menge Sachen dabei, die echt gut als Update geeignet werden oder so. Und, ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ich gucke mal, wie das Feedback in den Kommentaren ist. Bis dahin. Und tschüss.